Hallo und herzlich willkommen. Heute zu einer kleinen Vorstellung und zwar meiner neuen App Stoles Forever. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde in den kommenden Tagen eine Android App zu programmieren, sprich zu erstellen, braucht schon mehrere Wochen oder ungefähr 1 bis 3 Monate. Ich werde im Laufe der nächsten Monate eine Android App programmieren, ich bin schon dabei. Und ich werde das Ganze dann auch auf meinem Webspace, sprich auf meiner Website hochladen, vielleicht auch noch im Google Play Store. Dann könnt ihr euch die ganze App installieren und auch nutzen. In meiner App findet ihr viele interessante Informationen, aktuelle News, aktuelle Playlists, Tipps, Tricks und viele mehr. Seid einfach gespannt drauf und auf meiner Website findet ihr dann weitere Informationen darüber, über die Android App. Ähm, da stehen auch die ganzen Futures, die euch erwarten. Also, ähm, das war eine kleine Vorstellung. Ich wollte mich nur kurz darüber aufmerksam machen, dass ich eine neue App erstellen werde, sprich programmieren werde und die auch anschließend hochlade. Also, äh, wenn ich die App erstellt habe, programmiert habe, werde ich nochmal ein Video darüber machen. Und ich freue mich, wenn ihr meine App dann auch downloaden würdet und die auch nutzt und nutzen würdet. Äh, denn die App ist wirklich, die wird wirklich grandios sein und, ähm, das Design ist auch unschlagbar. Und es werden natürlich weitere Versionen von meiner Android App kommen. Also, meine App ist ungefähr zwei, drei Monate fertig. Äh, das nochmal so vorab. Also, danke für eure Aufmerksamkeit und für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.